Willkommen zurück Freunde, bei einer neuen Episode von Rainbow Six Siege. Mein Name ist Bronzy und ich krieg mir das. Lass den Mann doch seine Anmoderation machen. Der Bad Boy, Alter. Bronz Boy, Bronz Boy, Bronz Boy, Bronz Boy, ich hab zwei Runden gewonnen. Hey, was macht ihr da? Hä? Konzentration bitte, ja. Ja, Ladies, ich hatte mal eine kleine Ankündigung, hab ich noch zu tätigen. Bist du schwanger? Äh, der Bronz und ich, ja, wir beide werden bald in diversen Produktionen auf playnation.de erscheinen. Auch der gute Peyset und ein paar andere Leute. Ich muss wieder rauspiepen, Alter, playnation gesagt. Ja, stimmt. Hä? Und da kommt was richtig Cooles auf euch zu. Ich kann euch noch nicht verraten, es kann sein, dass es zu diesem Zeitpunkt schon was gibt, aber lasst euch überraschen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr euch drauf freut. Also schön, playnation.de. Ich freue mich. Die Facebook-Seite Playmassive, am besten abonnieren oder im Auge behalten, da werdet ihr es dann sehen. Aber das war nur eine kleine dezente Werbung hier. Habe ich einfach mal schamlos alle Reichweiten aller Channels ausgenutzt. Das macht ja nichts, ne. Aber was viele ja gar nicht wissen, was viele ja gar nicht wissen, ist, das Urgründungsteam von Playnation ist ja immer noch der Tobi und ich, das wissen viele ja gar nicht, ne. Der Tobi und ich, wir haben Playnation damals mit Gronk und Sarazak gegründet. Das waren noch Zeiten. Ja, vor 100 Jahren. Ja, Tobi, das sind ein paar Typen, ne. Ja, Tobi, ne. Das war geil damals. 1800, wisst ihr noch? Ja, 1800. 1800. Jungs, ab geht's, komm. Das waren noch alte Zeiten, Tobi, ne. Aber guck mal, Junge, wie wir, was wir erreicht haben, ey. Ja, nix. Voll trocken, so. Ja, nix. ETF 3000, das ist mal, ne. Und ein Tresorraum. Vielen Dank, alle Michael, übrigens, muss man auch sagen. Der hat vom Tobi so ein richtig schönes Bild gemacht, weil der Tobi einmal als Hulk aussieht. Ey, Michael, alter, der Typ ist so geil, ne. Das benutzt der Tobi, ich glaube ich, als Smiley bei Twitch, oder? Boah, so geil, Alter. Alter, gibt es Punkte gerade. Und der Tobi hat auch noch ein, also der Michael hat noch vom Tobi ein TF 3000 Bild gemacht aus, das ist egal. Ja, was der Michael da rausballert immer, das ist echt, also. Ja, aber der nimmt das nicht an. So, Jungs, Michael, grüß an dich, jetzt müssen wir überleben. Alter. Schöne Grüße und schöne Grüße an den Bruder von Curry. Ich hab voll den Grafik-Bug auf einmal. Hast du das auch? Hä? 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 Was ist das? Der ist einfach weggeploppt, Alter. Ey, was ist das denn? Guck mal, ey, die Waffe, die fliegt so hoch, weiß, und der ist einfach weggeploppt, Alter. Ich hab's nicht so pass, toll. Aber, Bronzo, du kannst einfach nachjoinen. Ey, ich hab voll den Grafik-Bug. Einfach, äh, äh, du, eigentlich müsstest du uns einfach nachjoinen können über Uplay. Also, der Major konnte das. Habt ihr das nicht? Das ist überstrahlt bei euch? Ich hab nix gerade, ne. Alter Schwede. Tobi, ich hab ja, ich kann mich nicht einladen. Nein, Bonzo, du musst einfach nachjoinen. Wie denn? Frag mal Major schnell. Über Uplay. Ja, der ist da unten. Also, Leute, falls ihr euch wundert, was ich mit unten im Team-Speak-Chain im anderen. Okay, wir sind ja gerade am Arsch hier, Alter. Versuch mal hier nachzujohnen über diese Dings. Okay, Leute, jetzt mal Konzentration. Ich hab keine Ahnung, was wir... Ne, das geht nicht. Unten im Keller. Du kannst aber definitiv nachjoinen, das weiß ich, Ben. Verlaub mich doch mal über Uplay einführen, kurz. Ich kann dich nicht einladen. Wieso nicht? Weil ich's grad schon probiert hab. In der Freundesliste. Ja. Steht rechts Einladen. Ich kann dich nicht einladen. Ich kann dich doch auch einladen, guck. Ja, aber ich bin im Match, du nicht. Warte, ich guck mal, wie öffne ich Uplay? Schiff F2. Schiff F2 und dann rechts die Freundesliste dann. Da ist halt dieser Spiel-Button, weißt du? Ja, ja, ich weiß, ich weiß, wo du meinst. Warte, ich guck. Im Spiel. Ich kann uns auch nicht einladen. Ich kann nur annehmen. Ja, ja. Aber du musst eigentlich uns nachjoinen. Oder geh mal runter in den TS und frag mal den Major, der weiß das. Ja, geil. Spreng dich mal durch da. Warte, Curry, ich mach die Tür auf hier. Bist du bereit? Ne, 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 mach die jetzt noch nicht auf. Patrick, komm her. Mach hier, mach hier ein Dings rein. Da entgegen. Und im gleichen Moment machst du die Tür auf, wo der Patrick sprengt. Okay, Party, auf deinen Kommando. Okay, nicht die Tür, sondern die Wand. Hämmer die Wand durch. Drei, zwei, eins. Dennis. Okay, warte, ich geh vor. Warte, Curry, ich schmeiß Nate rein. Warte. Ich glaub, da ist keiner drin. Okay. Okay, hast recht. Dann geh mal vor, Curry, du hast ein Schild. Die Curry und ich sind drin, Party, komm nach. Ja, ich bin. Alles okay. Wo ist Tobi? Tobi, du musst eigentlich woanders hingehen. Ja, ja, ich bin über euch, aber ich wechsle jetzt den Platz. Ich hab da noch ein bisschen Action gemacht, sowas. Okay. Ich hau hier die Wand ein. Die hier. Ja, ja, genau. Hau die mal ein. Äh. Äh. Alter. Nein. I'm still alive. Dennis hier, die Wand ist noch ganz. Was? Ah. Jo, da liegt einer. Ah. Alter, der klettert da rüber. Okay, der zieht auf mich. Ich bleib so stehen. Guck auch einer. Jo, Dennis. Oh, sorry. Soll ich mal von der anderen Seite kommen? Ah, das geht ja gar nicht. Okay. Rechts. Was macht ihr denn da? Ruhig, 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 ruhig. Der hier ist ein Gegner, Patrick. Nee. Na, warte mal, wir kommen da nicht rein. So scheiße, noch 30 Sekunden. Genau. Geh weg, geh weg. Wo ist der? Pass auf, der ist an der Patrick. Durch. Ich seh den nicht. Wo ist der? Keine Ahnung. Fuck, hätte mich da auch. Ja, egal, die Zeit ist eh um. Ich hab natürlich jetzt viel Zeit verloren gehabt. Okay, einen hab ich. Ah. Ja. Wir haben natürlich viel Zeit verloren, weil Bronze rausgeflogen ist. Scheiße. Scheiße. Nee. Was machen wir jetzt? Ja, mal gucken. Ich hab ja keine Ahnung, was der gerade wieder für ein Meeting hält, aber der sollte eigentlich nur nachgucken. Und so. Hallo? Ben? Bonzo? Was wollt ihr Pisser überhaupt gar nicht? Hä? Wie kommst du rein? Das verrate ich euch nicht. Ja, also liebe Zuschauer, insofern ihr das gerne wissen möchtet. Bronzo verweigert diese Aussage. Nee, aber geht das oder geht das nicht? Weil... Wir brauchen den El Bronzo. Wie das funktioniert, erfahrt ihr natürlich exklusiv auf Bets Kanal. Klar, wir müssen unbedingt unsere Konzentration wieder kriegen jetzt. Boah, cool. Wenn du das erzählt hast, Alter. Okay. Dann geht einmal beim X-Bronzo-Beat-X auf den Kanal. Ja, da gibt's doch gar nicht, Mann. Barsch. Das ist natürlich gute Werbung, wenn. Ich hab keine Ahnung, Tobi fragt nicht. Bronzo regelt das jetzt, wir spielen hier. Äh, Weski. Wes, ne. Wes, ne. Du kommst nicht rein. Wieso? Da müssen wir rausgehen oder so. Er verbindet immer wieder, aber jetzt ist er wieder rausgejumpt. Komm nicht in diese Lobby, also in dieses Match-Server, ne, nicht. Versuch nochmal, oder? Kann mal jemand anderes machen? Ja. Ja, der Trick ist, du musst das Spiel neu starten und dann steht am Startbildschirm, äh, dass die vom Rank geflogen sind und ob sie wieder joinen wollen. Dann musst du halt rausgehen, ne? Okay. Ja, wir gucken mal. Ansonsten müssen wir halt gucken, was wir machen. Haben wir Westen, haben wir, ne? Jupp. Ja, ja, ja. Im Büro hinten. Bei der Bombe. Oder was auch immer das ist. Achja, das ist das Bereich sicher, ne? Ja, genau. Also keine Bombe. Guck mal grad die Kameras. Dieses Fenster ist blockiert! Okay, konzentration ist. Okay, unten in der Lobby kommt ein Schild. Okay. Oh, da wird bestimmt zu mir der Pisser. Toll. Sag mal, wenn der die Treppe hochkommt, dann habe ich den. Hier ist übrigens noch eine Westen. Achso, ich glaube, Ben ist ja nicht da. War das der Schild? Ja, sauber Curry. Okay. Okay. Okay, ich geh wieder runter. Die sind da oben beim Dennis, glaube ich, irgendwo. Okay, 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 ich bin fast down. Fuck, 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 fuck. Okay, wo sind die Dennis? Bei mir hier, äh, hier. Ja, scheiße, wegen dem Markieren habe ich jetzt down gegangen. Fuck it, Alter. Komm. Ja, ich bin tot. Fuck, Alter. Das war dumm. Das war einfach dumm. Ah, Gottchen. Ah, der ist in der Falle gerannt. Der ist alleine? Ja, der ist in den Raum, äh, der müsste dort liegen. Guck mal, der liegt jetzt direkt am Fenster. Pass auf, pass auf. Pass auf, links ist noch einer. Ja, ja, genau. Ohne in dir, Curry. Geh in Deckung. Lichtig hin, richtig hin, richtig hin. Und links im Gang ist noch einer, Curry. Nice, komm, komm. Nice, Curry. Nice, 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 nice. Wo ich, wo ich, wo ich. Alter. Der ist im, äh, im Gang, Curry. Hier irgendwo. Ja, das geht nicht. Ich lenke den ein bisschen ab, ich lenke hier rum. Vielleicht denkt er, der will, ich will den holen. Ah, da, ja. Okay, der ist hinten bei dem... Wow, Alter. Ihr hättet mit mir vorkommen müssen, Leute. Ja, ich war doch dabei, aber der hat mich aufgeholt gerade. Ach, schade. Ja, du bist jetzt halt nicht im Raum, ne? Das ist halt wieder... Kacke. Ah, der muss den Gang lang kommen, Patrick. Ja, Patrick. Nein, was machst du denn? Ja, warte, ich seh nichts mehr. Ich hab Grafikfehler hier. Hä? Warum gehst du denn vor? Leute. Habt ihr nicht gesehen, dass ich gar nichts sehe auf dem Bildschirm? Hä? Ja, ich hatte das auch gerade, Patrick. Ich hab über, über Strahleffekte hier. Ich seh alles nur noch weiß. Aber dann hättest du doch trotzdem da bleiben sollen, oder? Egal, scheiß drauf. Egal, 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 egal. Was ist denn los, Alter? Was ist denn los, Alter? Keine Ahnung, ey. Ist weg! Oder hast du immer noch? Achso, weiß er. Ja, 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 ja. Mann, Patrick, ey. Hey, so. Hm. Hm. Wer hundert Ding jetzt? Montagne! Keine Ahnung, ey. Weißt du, du spawnst irgendwie, wenn ich reinkomme. Der ganze Himmel, alles ist dunkel und das andere ist dann weiß, überstrahlt so. Es ist die ganze Zeit so. Ja, 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 draußen und überall wo Lichteffekte und so sind. Dann startet gleich mal neu. Immer noch? Ja, jetzt bin ich ja mit der Drohne. Also jetzt grad nicht, glaub ich. Nee. Vielleicht fängt sich das jetzt wieder. Das ist ja echt geil, das Spiel manchmal. Oh, ich erschüsse. Ich glaub, er hat geschoss, kann das? Nee, oben. Oben. CEO. CEO. Kannst auch einfach Dennis Büro sagen. Ja. Tobi, ey. Wir müssen knüllert. Wir müssen knüllert, Tobi. Hallo! Komm, einfach sich die Wand gefahren, Alter. Wie die alle hier. Wir sind alle hier. Ich bin wieder weg. Tschüss. Alle Erfahrungspunkte ohne Ende, Mann. Okay, Leute, guck. Was geht ab? Ja, jetzt hab ich mich wieder vorfahren. Okay, wir kommen. Sollen wir das Fensterdach? Bitte? Fensterdach vor allem. Fenster, ja. Fensterdach. Oh, ich hab das immer noch. Alter Schwede. Mach mal ein bisschen. Stimm mal ein bisschen an den Schatteneffekten in der Grafikanstellung rum. Ey, der Server ist aber plattig. Oder so. Ich hätte das selber gerade auch. Komplett überstrahlt. Das sind Atomen. Boah, wie krass. Alter. Ja, dann gleich mal neu starten und dann... Kevin können wir nur da lang gehen, wo es keine Lichter gibt. Voller Mann Power durch. Hier ist gut. Hier sehe ich wieder alles. Boah. Alter. Da ist ein Loch in der Wand, Patrick. Ich hasse Löcher in der Wand. Wo ist ein Loch in der Wand? Hier. Da. Pass auf. Okay, 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 okay. Ich sehe gar nichts, wenn ich zu Kevin gucke. Jetzt sehe ich noch weniger. Ja, scheiß drauf, komm. Boah. Können wir jetzt eh nicht ändern. Ja, Ubisoft, die wissen schon, was sie machen. Okay, man kann aber runtergehen, äh, Curry. Ja. Da mit Drohne durch, ja, warte. Ja, das war mal ein Loch in der Wand, ne? Und wenn er da durchguckt, dann bin ich tot. Ne, ich glaube, ich gucke mal, ob die Wand gesaved ist. Warte, warte, warte. Ne, ne, die Wand ist doch nicht gesaved in der Ecke. Doch, die ist gesaved. Doch, 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 das Loch ist gesaved. Mal gucken. Ich bin dabei. Okay. Ah, jo, jetzt ist es wirklich gesaved, stimmt. Hier meintest du, ne? Okay. Haben wir irgendjemand, der das wegsprengen kann? Ich geh mal vor. Ja. Kann das machen. Aber nicht, wenn der Strom ist. Hier einer im Raum, hier einer im Raum. Alle, warte. Handy, Handy. Wow, wow, wow. Ich kann jetzt hier aufmachen. Oh, Alter. Okay. Okay, sitzt. Kannst du blenden, Curry? Blende den mal. Nein, nein, nein. Ich mach auf, ich mach jetzt auf. Ja, go, go. Aber ich kann blenden. Zack, blende ich rein. Und go, go, go. Dennis. Ah, krass, nein. Hui. Äh, ich liege. Komm, 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 komm. Nicht um den Typen. Komm her, komm her, komm her. Ich hab meinen bekommen. Ich hole ihn. Oh, super. Nice, nice, nice. Hier steht doch einer, Leute, in dem Raum. Ja, Mann, ich muss nachladen. Ah, ich hab ihn. Aber, ey, hol mich wieder. Ah. Ich hab ihn aber, ich hab ihn. Ist der tot? Ist er im Raum tot? Ja, ja, ich hab ihn, ich hab ihn 100, ich hab mir ein Heddy gegeben. Nein! In dem Raum doch nicht. Was laberst du denn? Was? Rechts, rechts sofort. Hier ist doch jemand drin, der ist in dem Raum hier. Ah, ich bin tot, Alter. Junge, ihr müsst noch ein bisschen chillen, nicht zu schade. Ja, aber da war doch neben uns jemand im Raum drin. Lass den Burton in dich raus. Häng halt die Klappe. Ah, fuck, ey. Wir sind gerade zu unkonzentriert. Ja, es kommt alles zusammen momentan. Wenn ich... Hab ich zu euch geguckt, hab ich nichts gesehen. Ja, eigentlich kannst du das eh vergessen, weil der Ben nicht draußen ist. Wir haben Patrick, wir haben Patrick nicht. Das ist gerade drei gegen... Eigentlich drei gegen fünf, wenn du es so willst. Ich glaube an euch, Mann. Ja, die gewinnerte ist ein Paddy, Mann. Go, 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 go. Ah, okay. Wer willst du Westen nehmen, Kevin? Ja. Ja, ja. Ich höre, ich müsste eigentlich einen Medic nehmen. Hey, Karee. Wollt ihr wieder da oben? Wollt ich Tresorraum nehmen? Ja, lass mal Tresorraum nehmen. Okay, 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 okay. Welche waren das nochmal? Schließfächer? Komm, Leute, komm. Rheinby. Rheinby 6. Rheinby. Rheinby. Wir machen das jetzt, Mann. Wenn wir jetzt verlieren, dann ist auch nicht schlimm. Dann holen wir den Bronz wieder rein. Dann startet Patrick eben neu. Und dann geht's rein. Dann machen wir eine Doppelfolge. Ja. Genau so sieht's aus. So, ich geh oben wieder safe. Wurde es entdeckt, ey. Deine Mutter wurde entdeckt. Hm. Von wem, Patrick? Hm? Patrick, lass mal diese eine Wand wieder safe, Mann. Ja. Das ist gut. Lass doch mal machen. Lass das mal den Papa machen. Let's do it, Paisett. I think. Ich glaub ich hab mein Mausrat geschrottet. Oh. Was ist denn das? Was ist denn heute los, ey? Alkari. Es dreht einfach durch. So. Ist er ernsthaft, Alter? Hey, haben die nicht gefunden? Geht nicht mehr? Nee. Du machst mich fertig. Egal. Ich kann ja trotzdem. Das ist ja nur die Pistole. Ah, die kannst du auf zwei doch nehmen. Geht schon. Junge, willst du jetzt jemals alte Slice spielen? Oder der ist sie? Der Wurst hat Mausrat. Dennis, willst du zu mir kommen dann? Easy. Ja. Morgen kriegt Tobi ne Mail. Tobi, äh, sag mal. Das werden wir nochmal ausholen. Nein. Was sagt Tobi dann? Ich dachte, der haut jetzt den Spruch raus. Okay, Leute, komm. Vier gegen fünfmal. Yo. Ach, scheiße. Die Westen. Ich hab auch keine Westen. Hä, was war das denn? Na, jetzt kommt der mit seinen Westen an, ey. Du rissen, Alter. Ist das dein Ernst? Hol mal einer da. Äh, Fuse. Okay, in unserer Abwesenheit wurde Fuse gezündet. Ja, ist doch super. Das ist in dem Vorraum da. Das war super Curry, dass wir hier weggegangen sind, ey. Ja, hätte der die Westen eigentlich hingelegt? Das war Taktik. War doch da hinten, oder? Geist! Ich glaub, das war hier irgendwo. Ja, genau da. Da. Wo Dennis und ich, ähm. Da. Oh. Ähm, das... Ach, jedes Mal denk ich, da ist noch ne Weste. In der Tür, da ist auch jemand. Ben, nimm die Weste. Was? Wo, 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 wo. Mein Mann. Hä? Nice. Aber ich glaub, das war nicht extra, oder? Ich glaub nicht, nee. The bad boy. das haben wieder alle ehre gemacht ja wir warten mal bis sie sich gegenseitig die zunehmenden abdruck mit geil gewesen wenn er einkommen welche von der seite geholt tobi was also kamera zu euch habe ich wo ist er geradeaus naja pass auf der hat aiming aus der helle ja das haben wir auch nice das war der nicht das noch eine achtung aber irgendwelche luken hier oder so nur curry ist nur eine oder fast jetzt ist nur noch der typ hier wo sind der ich habe markiert kann aber sein dass er woanders hingeht ihr bleibt bleibt ruhig da wenn er woanders hingeht dann habt ihr den auch du willst mir machen das zusammen können uns helfen du mal ich immer hier in die richtung hatte ich nicht vorgehe ich bin auch hier so ja wo es war okay der ist rechts immer ich mir schocken der ist rechts den gang da ist doch so eine holstür weil ich habe ich mir schocken ja da sitzt er der sitzen höher auf der schäfer der muss in den raum auch also soll er mal kommen warum ich mich erschrocken hat er hier dummer in die tür wo die gegner herkamen geht auch mal drin sitzen und safe den gang entlang jawohl hat sich macht aber gar nichts gegenseitig getötet ja ja bei mir ist die gravitation und physik alles als ausgeschaltet das liegt daran dass es nicht mehr da ist ich meine ich kann das leise ausprobieren aber wir haben gerade zu viert gegen eine fünferteam ja die haben ja richtig zusammengeschissen hä das ist eigentlich echt das ist echt so aber wenn es passiert dann passiert wenn es passiert dann passiert den du hast du rissen ne aber der bronzo muss ja auch mal dran denken der ist ja der kann doch mit kommentieren aber wenn er immer so eine lowkiste da hat alter ist scheißegal komm wir spielen jetzt wenn es passiert dann passiert ist und wenn nicht dann ist das auch gut wir rasieren die jetzt mann wir holen das was wir rausholen können wenn wir das jetzt gewinnen dann zeigt dass das bronzo bei uns im team immer schon immer und ewig überflüssig wird ja auf jeden fall das zeigt das voll nett dann bist du der wichtigste mann ever das ist wahr also dann drück mal die daumen dass wir nicht gewinnen mann wo ist er eigentlich alter ach bronzo man ich liebe dich da du bist ein bronzer mann boah es gibt wieder punkte punkte hallo guck mal wie viel punkte ich hier alleine in dieser runde gemacht habe ok Patrick wie sieht es aus ey das sieht gut aus ja ich glaube ich habe noch eine drohne drin die waren alle sehr kompakt ne doch nicht ok ich komme von oben boah 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 weiter ich bin blind Kevin sei mein Auge oder sei meine Augen boah alter die habe ich immer gut gepläntet guck mal hier jo hi warte ich geh mal guck ich lobe mal den gang entlang links hä wer denn Dennis hä wo ist denn Dennis oh kamera Dennis ist über uns ja gerade eine kamera hier ist alles clear der Doris hat gerade geschissen hier ist alles clear hier ist alles clear das wird unser Baby ich komme runter Jungs warte lass uns zusammen gehen wo ist Tobi du musst eigentlich zu Tobi aufschließen Ihr kommt dann über die Haupttür. Der F, wo bist du? Geht zum Treppenhaus? Treppenhaus bin ich. Steh dich gar nicht. Ach, da hinten, okay. Steh dich. I coming to you. Platzier schon mal, Patrick. Platzier schon mal. Ja, aber Turmit? Thormite? Ja, egal. Weißt, wie teuer das ist? Dann geh zum Turm runter, geh zur Haupttür, mach da ein bisschen Action. Dann geht's los. Ja, so halt mal, wenn's losgehen kann. Okay, 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. Geht geradeaus durch, direkt geradeaus durch. Warte Tobi, ich schick die Kamera rein, warte. Da ist keiner drin. Geht rein? Nee, drauf gehen Tobi. Patrick, pass auf. Ich fahr rein Tobi, warte ich fahr rein. Geht direkt am Ende. Hier am Ende liegt einer Tobi, am Ende des Gangs liegt einer. Warte, 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 Patrick. Ich fahr erst aus. Lass den Kopf unten Tobi. Ja, ja, ist gut. Ah, fuck man. Der ist da hinten. Warte, ich komm zu dir, ich komm zu dir Tobi. Kannst mich wiederholen, guck mal. Kannst mich wiederholen. Ja, der ist verletzt Tobi, der ist verletzt, der ist tot. Geh weg, Granate. Nice, 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 nice. Warte, Patrick, ich markier's. Okay. Ja, ich hab den anderen Garten getötet. Wurde, 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 wurde. Ja, ja. Pass auf Tobi, der sitzt immer noch hinten hinterm Regal. Nein! Aber die Granate... Hä, die müsste den jetzt getötet haben. Dann trifft man nicht die Drecksau, Alter. Ich treff den nicht, Alter. Nee, ich auch nicht. Ey, Kevin, ich werfe die Granate, ne? Die Granate ist aus der Hand und dann tötet er mich. Hä? Nein! Warte mal jetzt. Warte mal jetzt. Ja, das ist doch scheiße. Nice, Cory. Sehr gut gesehen. Ruh, ruh, ruh. Einer ist da links rüber gelaufen. Tobi. Okay. Nein, direkt vor dir! Hier? Ja! Oh nein! Nein! Okay, ruhig, 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 ruhig. Einer ist da links von dir. Der geht jetzt reviven. Hund hier. Warte, der steht gleich eh links Tobi. Der steht tief. Geh weg, geh weg. Okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Tobi. Ruhig, ruhig, ruhig. Direkt vor dir. Genau da. Bleib da, bleib da. Nein! Nein! Mann! Egal, Bronzo kommt rein, weiter geht's. Oh nein, ihr habt's noch geschafft. Schade, ey. Hä, das war aber gut, die Runde. Aber guck mal, Tobi, der ist da eigentlich durchballern können. Da hättest du 100 Safe gehabt, aber man weiß es ja nicht. Aber gut, wir waren eigentlich mit vier Leute. Patrick war behindert. Ja, wie soll's auch, danke. Ja, sag mal so. Geh mal kurz raus und nehmen gleich wieder auf dann, ne? Mach mal eine Pause. Also, Doppelfolge. Bleib dran, ladies and gentlemen. Gleich geht's weiter. Bitte bleiben Sie dran. Hold the line. Please bleiben Sie in der Leitung. Ich werde es weiterhin jetzt aufnehmen. Lalalalalala, weil ich zu faul bin, das zu schneiden. Lalalala. Curry, lad mich ein Curry. Und dann vergisst du es, es rauszuschneiden, ne? Lalalala. Ja, eben. Ich werde das, ich scheiße das ja gar nicht an. Ach so ist das. Ach so ist das. Backstage-Exklusiv-Material. Machst du das wirklich deswegen, oder? Ja, dann machen wir Pause jetzt. Ja, alles schon vom Tobi, Leute. Ich hätte ja gerne jetzt weitergespielt, aber TF3000 muss mit dem Mund raus. Nein, nein, die Folge gleich weiter. Gleich ist weiter. Dranbleiben. Dranbleiben eben nach einer kurzen Werbeunterbrechung. Tobis Hohn. Ja, da sind wir wieder. Wir kommen zurück. Geil. Das sehen ist, wir haben jetzt eine Pause von 20 Minuten gehabt. Ich hoffe, Leute, dass jetzt alles wieder... Ey, das waren jetzt keine 20 Minuten. Tobi hat bestimmt nen Wecker gestellt. Jetzt ist es schon wieder, jetzt ist es... Ne, aber jetzt mal ohne Witz kommen, lass mal wieder jetzt ein bisschen kommen. Jetzt erst mal seriös sein hier. Also jetzt wirklich, komm. Wir haben zwei Runden so super gespielt. Guck mal, jetzt haben wir Mutterschiff Russland sogar, Alter. Ben, wie heißt die Karte? Mutterschiff, Alter. Ne, was steht oben links? Sitzt du in der Ecke bei sich, oder was? So, yes, die kennst du nicht. Hä, wo ist er denn jetzt? Ist er aber auch so reise? Patrick, ich mach wieder Montagne. Ja. Hä? Witz. Juh, du musst bei Rainbow den Sound lauter machen. Hey, bei mir ist der voll laut. Nein, bei mir ist... Ja, bei dir ist... Ich hab den auf plus sieben, Alter. Hä? Sag mal, bin ich jetzt leiser geworden? Ja. Schrei einfach mehr als sonst. Oh nein! Ey, was... Was soll das denn? Ey, der ist doch zurückgekommen. Was ist denn los? Ne, der ist weg. Ganz normal. Nein, der ist... Ja, noch einer ist aber grad rausgegangen. Ben, du musst einfach die Lautstrecke bei Rainbow lauter machen. Aber es sind doch nur vier. Weißt du das? Ich bin auf 75. Das ist eigentlich okay. Mach mal ein bisschen lauter. Mach mal 77. Mach mal 77,5. Das ist auch 75. Aber jetzt ist Curry. So ist doch cool. Ja, okay. Ja. Ich muss Rainbow spielen. Außer wenn sie eine WG gründen wollen. Ich hab mich eh gemütet, Mann. Also jetzt ist das ja quasi umgedreht. Jetzt haben wir nur noch vier Gegner. War das gemein jetzt Curry, was ich gesagt habe? Hey. Hey, nein. Tobi, was ist da los? Leute, komm. Hey. Bitte. Hey Curry. Hey, ab nach oben jetzt. Hey, wo uns immer an. Was ist da los? Aber einer, der rausgegangen ist. Aber es ist besser als gegen drei oder so. Ne, der ist nicht rausgegangen. Der ist rausgeflogen. Weil er nämlich versucht nachzujoinen. Es ging nicht. Hä? Wo bin ich gespawnt? Ich glaub Bücher. Hä? Ja, Bücher, 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 Bücher. Hallöchen. Ich hab das hier gefunden, liebe Pister. Okay, weißt du, Patrick. Lass uns, lass uns ein, lass uns nach ganz oben gehen. Immer. Dann gehen wir da über die Klappe rein, weißt du. Du hast ja eh, ähm... Ach, leck mich da auch am Arsch. Hast du da auch gehört, Tobi? Der Patrick auch ein letzter Folge. Sein solche Wichser, der. Rau. Du bist ja bei uns. Hast du gekommen mit? Ja. Hä? Ich bin auf der ganz anderen Seite, du Rollskopf, Alter. So, hier Profi-Gameplay vom Feinsten mit Kevin. Ne, kommt Jungs, kommt. Hey. Oh, ich hab grad ne Sternschluppe gesehen. Ne. Warte mal. Wünsch dir was. Ruhig, ganz kurz, ruhig. Ganz kurz. Manchmal ist es im Leben so, vor allem wenn man in einer Stadt wohnt, dann sieht man die Sterne gar nicht mehr. Der Mond ist allgegenwärtig. Da ist einer. Hä? Ist das offen, oder was? Wir gehen hier rein, Tobi. Ja, ich will aber nicht reingehen. Nein. Ey, tötet den Mann doch nicht. Okay, ganz ruhig. Warte, warte, warte. Ich schick, ich schick einen Kollegen runter, Curry. Ja, 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 ja. Schickst du den? Ja, warte, jetzt raucht er jetzt nichts mehr. Jetzt sag, ob wir rein können oder nicht. Ja, ich fahr, ich fahr rum. Schieß mal in den Rauch, der muss da ja irgendwo sein. Okay, der liegt da. Moment. Ich renne da rein. Ich glaub, du kannst runter, Curry. Der hat nur die Luke gesaved. Genau, genau. Verstecke ich da. Ah, nein, da ist einer. Ich wollt's grad sagen. Ich wollt's grad sagen. Boah, 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 boah. Im letzten Moment. Scheiße, wo denn? Wo ist der Curry da? Markier mal, markier ruhig für mich mal. Ah, hier, ich hab, ich hab. Hinter der Theke, hinter der Theke, Patrick. Du kannst ihn sehen. Ach, scheiße, das war doof jetzt. Ach, pfft. Ruhig, 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 ruhig. Ja, wenn ich wüsste, wo der ist, ich würd den Granaten... Ich hab ihn zweimal angehltet, der muss irgendwo hier sein, oder? Ach komm, der kriegt hier auch mal ne Granate. Ja, hier sind noch zwei. Egal. Verblendet, alles. Knapp mal ruhig, bitte. Hä, Curry, der muss doch irgendwo hier sein. Der ist ganz runtergesprungen. Okay. Der lebt noch? Okay, warte. Ja, komm, wir haben nicht mal zu viel Zeit jetzt. Also eigentlich schon, aber. Geht unten rein, geht unten rein. Ja, lass unten, lass unten reingehen. Genau da runter. Ja, meine ich im Tür. Aber passt auch, da sind zwei, ne? Ja, aber... Eine mit der Schottlärm. Ne, ne, nicht deine Fenster. Ganz runter. Da, genau, rechts ist die Tür. Patrick, rechts. Da ist ne Tür. Da ist, was, was? Da ist die Tür. Ja, genau. Vorsicht, da unten sind zwei Stück. Direkt links ist ja das Ziel. Lass Dennis zielen, der hat ein fettes Visier. Ich hab keine Kamera mehr mehr, ne? Ich hab noch ne Kamera? Moment. Ja, hau rein da, hau rein da. Hier ist er auf der Nüste. Patrick, weil da eben waren da noch zwei. Genau. Jetzt links. Und nochmal links, nochmal links. Die Treppe runter. Genau, da ist er immer noch. Der ist an der Treppe. Ja, ja. Der kommt hoch, der kommt aber hoch. Warte, Patrick, warte, warte, bleib draußen, Patrick. Hier haben die gerade aufgemacht. Warte, warte, warte. Warte, warte, Patrick. Warte. Ja, genau, den Gang. Warte, geradeaus, geradeaus, geradeaus. Ja, fuck, sorry. Mich hat's, mich hat's, mich hat's, mich hat's. Hier, mich hat's. Äh, geradeaus. Nice, 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 nice. Ganz ruhig. Das ist noch ne Minute, Patrick, ruhig. Die wollen dich holen, die wollen dich holen. Ach, klar. Schade. Ach, fuck. Ach, fuck. So OP, ne? Ja, das ist echt krass. Auf der Distanz natürlich tödlich, ne? Ja. Ich finde, so ne Schrot sollte ne 2 oder 3 Schuße haben. Was, ey? Du, du hast das mal. Jetzt neu, aus Holland. Der Payzone-Käse. Wo bin ich jetzt? Mit extra viel Löchern, ja, super. Wir müssen echt mal jemanden haben, der immer mit dem Shotgun rumläuft, eigentlich. Ich nehm mal die Super90. Ich hab ne Schrotplinte. Meistens, wenn ich Mute, also immer, wenn ich Mute nehm. Oh, mal, mit der bin ich nicht so gut. Bahnmuseum würd ich sehr gerne. Keiner kümmert sich um die Kameras außer der Patrick. Okay. Wenn wir, wenn wir ne Kamera sehen, ist scheißegal. Patrick sieht ne Kamera und schieße. Ich fühle mich so schmutzig, unter dem Kommando vom Touristen zu sein, ne? Äh. Aber einer muss das Kommando haben. Hast du recht, Benjamin. Benjamin. Über diese Sätze hier, ey. Unser originaler Touristen-Style. Unser originaler Touristen-Style. Ein Soldat mit Ehre. Ein Soldat mit einem Penis. Was ist denn jetzt hier los, ey? Und ein Soldat ohne Ziel. Aber mit einem langen, elastischen Hals. Ich hab immer so, so'n, ähm, Zahnschutz drin, wie beim Boxen. Damit das Leben so aussieht. Nur das, nur das sie nix... Ja. Genau. Geil, Curry. Ah, da ist der Touristen, weißt du? Das ist der Touristen. Der ist immer für ein Späßchen zu haben, ne? Ja. Ja. Ja, dich ja auch. Der hat ja auch mit dir Späßchen gemacht, ne? Wollt ihr noch die Wände hier, äh, die Wände machen hier? Hallo? Tatsächlich erscheint mal auf die Wände da draußen. Warum? Lass erstmal unseren Zielraum safen. Ey, Mann. Das bringt doch nichts, wenn wir draußen Wände haben und den Zielraum gar nicht keine Wände. Habt ihr alle Westen? Warum? Die kommen noch hier lang. Wundertfroh. Tobias, bitte holen Sie sich eine Weste. Eine Wand noch, dann wär das hier zu. Ja, aber die werden, das ist doch, das ist doch viel geringere möglich, also, das ist doch eine geringere Chance, dass die da durch die Wand sprengen, anstatt die einfach durch die Tür kommen und dann hier durch die Wand sprengen. Also, ich würd da, da lang gehen. Ja, aber du würdest ja nicht da durch. Jungs, möchtet ihr noch vielleicht ein Candleit-Dinner abhalten oder sowas? Ich sag nur. Konzentrationus. Pilek. Ah, das sieht doch jetzt kacke aus. Lass sie offen. Ey, ich mach die Kameras. Äh, will einer hier in den Zug gehen? Nein, nein, nein. Dann macht bei mir keinen Sinn. Auf jeden Fall die Klappe. Ja, aber mit meiner Schrotflinte macht das keinen Sinn. Dann geh ich in den Zug. Dann geh du hier nach rechts, obwohl das auch keinen Sinn macht. I can't see nothing. Okay. Ist der Arnold Schwarzenegger oder was? Ich hab aber auch den Raum passen. Oh, nein. Die brennen sich durch. Tirmid. Ah. Links bei uns im Raum. In dem Raum. Oh, Fuse. Fuse. Ich hole dich wieder. Ne, ich mach, ich kann mich selber, ich kann mich selber. Okay, okay, okay. Alles gut. Ah ne, ich bin gar kein Medic. Okay, ich komm, ich komm, ich komm. Hier ist einer durchs Fenster gekommen. Ja, wenn er runterfällt, fällt er genau in die Falle. Alter, die springen alle Seiten weg. Ja, ganz ruhig, ganz ruhig. Ist auch einer. Hier, oder? Ja, ja, ja. Ich glaube, ja. Ja, 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 ja. Alter, was ist los? Okay, die Tür ist auf. Äh, Tobi! Ah ne, du bist woanders, ne? Ja. Fuck! fuck ruhig 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 das ist ein Schild Alter jetzt geht's rund wo ist der Schild? Mich mach ein bisschen Stress ja weil wir können nicht zu dritt hier so ich lauf mal ein bisschen Alter ruhig 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 du musst den auf dich lenken ich mich nice 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 super alter nein oben Klappe fuck alter achgold ich hab das Fenster ich hab das Fenster verkackt sorry bam draußen am Fenster da ist er ihr müsst ihn zusammen holen holt ihn euch jetzt geht er durch ich geh da durch allein wer kann Schild jawoll alter nice boah gut ausgespielt das war wichtig dass ihr den zusammen holt schieß da aber der hat auch gar kein Schild aber es war ja auch egal Tobi weil guck mal dadurch dass wir zu zweit gelaufen sind er war safe eben einer muss sich immer opfern ja sauber Jungs die Runde war eigentlich schon verloren dachte ich auch ja mann so Weihnachtsmarkt dann spawnt ihr mal hinten beim Parkplatz warte ich machs anders ich nehm doch mal den Sniper nehm mal Sniper das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht die Waffe den Bug hör mal den Bug nehm ich ja liebes Ubisoft wir spielen ja schon so lange wann kommen denn mal neue Klassen hier raus wir sollen uns mal exklusive Klassen machen ja im Monat kommt wieder was also wenn ihr die Folge seht die Klassen sind bestimmt schon da danke Ubisoft für die Antwort Curry ist Ubisoft Turistensoft ja mann ich glaub die Amis kommen jetzt erst ja ich glaub die Japaner kommen zuletzt ne ja 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 mann so Wurfstern und sowas ey ja klar Katana packen genau Katana klar so ein Sprenggürtel so ein Bombengürtel ey Patrick komm von oben rein die Klappe ne ja alles klar ich geh zu TF naja geh du mal rüber Patrick und ich hier durch bei euch ist ne Kamera auf der Seite ne müsst ihr aufpassen hinten an der Wohnwand an der Häuserwand Patrick wo rennst du hin hä ich bin hä ich bin Ben hinterher gelaufen komm komm zu Meo sorry wenn sie ausgesucht tschau Curry warte Curry warte ich geh da auch gar nicht durch ich geh durch ich setz eine Sprengladung ein für Sprengsatz für Sprengsatz 3 2 1 ich schmeiß Blende runter warte ja wird glaube ich safe is safe man hier warte ich bin jetzt vorm Raum hey ich hab da so ne Platzierung da gemacht am Fenster das die bisschen abgelenkt sind ja mach soll ich schon mach mal fahr mal gleich zu mir Tobi ja ich bin schon da ich hab nämlich hier das ok die Klappe möchte ich sprengen oh nein das war aus oh man wollen wir hier reingehen ja ich schmeiß ne EMP rein ok ich mach Blende Renate rein ah mann Jungs oben 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 ist einer der sind ja euch NEIN ahhh viel zu spät er kommt runter zu mir Achtung nice ja ja ok sehr gut zack ok mach 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 wir gehen rein Tobi wir sind drin Curry ok ok so EMP ok einer ist da unten beim Zugwagen ah fuck ich bin down einer ist oben bei der Klappe bei dem Gegner der Typ ist da alleine unten im Raum aber oben ist einer bei der Klappe ne nein der ist rechts alter ja nein nicht der Zugwagen lass mal den Tobi machen genau da rechts ne der ist in dem Raum Tobi war nicht oben noch einer bei der Klappe ja 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 der kommt der kommt ne ich habe noch ein bisschen Zeit hat er gerade ein Radion gemacht hat er gerade ein Radion gemacht ne ne das ist ein ne 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 er hat den Da sieht man erstmal so den Laser um die Ecke gekommen Der hat's halt gehört, ne? Ah, okay, guck mal, der hat deine Waffe gesehen, okay Egal, 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 Alter Fuck Kade Hätte ich mal die Shotgun gehabt, wer war das denn gerade? Alter, was war das denn? Soll man Lesesal mal nehmen? Das haben wir, den haben wir letztens gut verteidigt Kann man den Westen machen? Einzig müde ist die, ja soll ich die Westen da doch wieder nehmen? Boah, Alter Ich kann den auch mal nehmen, komm, ich nehm den mal Den Westen fritzen Den Westenmenschen Ich hab auch die Schalldämpfer, das ist gut eigentlich Weil Lesesal ist sehr klein, der Raum Aber ist gut, die haben auch oben ne Klappe Der Raum hat oben ne Klappe, die gehe ich up-safen am Anfang Ja, wenn du Schalldämpfer hast Dennis, dann könntest du dir mal überlegen, ob die dich vielleicht... Habe ich gar nicht, habe ich gar nicht Warte, hast du Schrot? Ja Okay, dann kümmerst du dich um die Kameras, ne? Hier in den Westen, Jungs Ja, ich hole mir die gleich Hau, sieht die denn? Die Tobias, sie sind im Raum drin Boah, ich, das war doch hier so die geile Dings, ne? Wo wir so ne riesig, richtig spannende Runde hatten Jaa War doch hier, ne? Jaa Boah Das find ich hart Das find ich hart Das find ich hart Das ist ein großer Stapel Die Drohne muss irgendwo hier in der Ecke sein, sobald man hier hin geht Hab Hast du die? Nice, Patrik Nice, okay, ich hole mir die Weste noch Geh ich noch mal raus Nicht die Tür zu machen, warte, ich geh gleich wieder raus Dann mach mal hinter dir die Tür zu, Curry Okay Äh, Klappe ist oben gesaved Alles klar Ja, okay Stimmgerät zerstört, sorry, aber Okay, zack, ab geht's Ja, wenn du da hast Ab geht die wilde Fahrt Geht nicht mehr, geht nicht mehr Ah, ich doch Boah Ich hängs gegenüber Das chillt da hin Mobilschutz Ja, genau Schwitscht dürfte aber hier nicht durchkommen Hat jemand da das noch in die Tür geschossen? Ja, ich, ja Okay, hier oben, oben, über Ben, über Ben, über Ben Vorsicht, ich bin überall von oben zu machen, ne? Zwei Gegner direkt über Ben Okay Ja, zwei sind über uns Die wollen wahrscheinlich die Luke nehmen Hätte ich sehr gefaked Unten ist aber auch irgendwo einer hier unten, weil da hat gerade einer die Kamera kaputt geschossen Alter Was machen die denn da oben? Alter, die stürmen das Ding hier Zwei Leute Zwei waren das Ein Ash Und der andere Typ, die sind in dem Raum da drin Die haben da ein Loch reingeschossen, da links Die laufen hier gerade lang Nicht markieren, das sind alle drei, alle drei In dem Raum hier, gegenüber Ach du Scheiße, ey Nice Tobi Nur noch die beiden Ich hab sie im Auge Nice Tobi, Alter Alter, was? Holte die alle weg, krass Was? Zeig mal Jo, Alter Ach du bist Ach du bist das gewesen Ich dachte das wäre ein Gegner gewesen, Alter Tobi nada lassen, spielen Alter, ich dachte das wäre ein Gegner gewesen Nice Tobi Ich glaube Tobi müssen wir öfter mal mit der Flint rumlaufen lassen, ey Sauber Das willst du sehen können, ähm Bratze Ich war in der Flint rumlaufen Okay Leute Sehr gut Okay, was machen wir denn jetzt, Leute? Dennis Sehr gut, wir wollen einfach weiter spielen Du kommst jetzt zum Back, ne? Ja Nicht? Doch, doch, mach mal Mach da ein Schild, ich lauf da mit dir Oder soll ich, soll ich, äh, Hammer nehmen? Ja, Hammer ist auch nicht schlecht Okay, nämlich Hammer Dann mach ich dir die Türen frei, Ben, wenn du das möchtest, ne? Ich hau dir alles weg, was du willst Die Bienen Dann gehen wir da rein und dann läuft das Ja, genau Die sind bestimmt in der Küche 2-2 ist ja spannend Da war der mich noch keiner bis jetzt Das hast du guterkannt Man muss aber sagen, obwohl die nur zu dritt sind Ja, ja Ich hab's Ja, Küche, genau Ja, die war noch grad noch hier, oder? Ja, aber einer ist rausgegangen Weiß ja nicht stimmt Nein, da komm ich nicht mehr hin Ich weiß auch nicht, ob wir irgendwie zu hässlich sind oder so Weil die immer alle rausgehen Das ist nämlich komisch, ne? Tobi ist zu schwer für die Leitung, glaube ich Mach meine Schrottbinde kaputt Äh, meine Kamera Ach, vielleicht liegt das auch in unserem Rang-Curry, dass wir öfter mal liegen und so Ja, ey, bisher habe ich einen in der Küche gesehen Ich weiß nicht, wie viele in der Küche sind Zwei Zwei Zwei? Ich hab eine Drohne genau in der Küche Okay, sehr gut Kannst du uns gleich, dann kannst du gleich mal, wenn wir uns positioniert haben, mal gucken Yes Mach Mut Ähm Es kann aber auch sein, dass einer rumrennt, ne? Weil wir haben halt nur zwei Leute gesehen Ja Alright Wir gehen nach unten rein, ne? Warte Ben, ich mach auf, ja? Geh mal auf, ja? Geh mal auf, ja? Ich muss nur noch den einen gucken, weißt du? Warte, ich guck mal eben, wo, äh, die sind Ich bin nicht gesehen Der Tobi, hinter dir, hinter dir ist direkt einer hier Ja, alles gut, ich bin nochmal weggerannt Ich hab beide markiert Beide markiert Ja, natürlich Boah, der Drecksack Wodurch bin Warte aus, holen ihn dir Holen ihn dir Jetzt läuft er weg Ah, das Loch Natürlich weiß er direkt, dass ich da stehe, ne? Okay, Patrick, du musst Noch ein Feind draußen entdeckt Warte ich, du musst ja die Tür sprengen Nein Spreng sie, Spreng sie Spreng sie Nein, okay, drei gegen drei jetzt Okay, gut, ich bin hinter dir Oh, da ist ein Typ Patrick zurück, zurück, Patrick, zurück Ah, fuck Ich wollte er wieder zurück Scheiße, sorry Warte, Patrick, warte, warte, warte Oh, Vorsicht, Vorsicht Nein, nein, nein Von hinten, von hinten Von rechts Nein, 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 nein Nein, ich häng fest Alter Geh rechts rein, genau Geh Patrick Der ist hier irgendwo Ja, ja Ich weiß Ich werde von hinten mal eine Granate hin Spreng mal die Wand hier Boah, jetzt ist der oben, Alter Was ist der denn der mit seiner Flinte? Scheiße, von allen Seiten, ne? Keine Ahnung, wie schnell der da hoch gekommen ist, ey Ruhig, 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 ruhig Was willst du da machen? Ja, klar Ey, der rennt überall rum, ne? Der war echt überall, ne? Alter, der war überall Alter, der hat 10-4? 10-4? Ja, klar, Alter Okay Okay Die Schrotlinte ist ja auf mittlere Resistanz ganz schön krass, ne? Okay, der ist ein bisschen Akku jetzt, komm Wenn wir das jetzt verlieren, Alter, peinlich Weiter geht's Ja, gut, zwei Möglichkeiten Zigarettenlounge oder Küchenvorbereitung Lass uns Küche Nee, lass uns Zigarrenlaut nehmen Aber Zigarren ist oben, ne? Das ist halt mega offen Du hast so viele Fenster dort, Curry Guck mal, 1, 2, 3, 4, Fenster Ja, du hast unten, wenn du die Küche bist, hast du auch Klappen, wo die durchkommen Dann lass uns Küchen nehmen Ja, ist zu spät Ja, Zigarre ist okay, ich mein Alter, ging drei, drei Leute Ja, komm, jetzt lass doch mal weiterspielen, mir ist doch noch gar nichts verloren Äh, Westen habe ich hierhin gelegt Oh geil Müssen halt aufpassen Weil der ist extrem, das wird ja gut, das wird ja jetzt nicht machen, aber der ist halt extrem offen Zack Westen Ja, die Super 90, meinst du, ne? Die haben wir die Wende noch nicht Wende, Wende, Wende Man legt doch, Alter, ach, Fick dich doch, Alter Sorry Die Gegner hat den Bio-Gefahrgut behält Muss ich nochmal zumachen, Koltz? Ja, auch mal nicht Barrikade fertig Aber dass der wusste, dass du da draußen bist, fand ich halt jetzt ein bisschen komisch gesehen Keine Ahnung Ich mein, du hast ja nicht geschossen und nix Oh, hast du mich grad erschrocken Schau auf Feuer hab ich geschossen Okay, haben wir Westen? Ach hier Einer hat noch keine Westen, nimm die bitte Hier ist noch ein Dings, kann man das zumachen? Wer hat noch keine Weste? Ich, ich, ich Haupt meine Mal weg, Patrick, ich mach ein Schild, pass auf Okay Wo, 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 wo Ich hab keine Ahnung von wo die kommen können, ey Das ist gut mit der Falle hier Problem ist, hier gibt es zwei Eingänge Ja ruhig, die sind zu dritt Ich hab praktisch, dass die nochmal zumachen Kann ich, ja, doch kann ich machen Oder wo guckst du hin? Wow Oh, 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 hier am Fenster Hast du den Treppenaufgang? Ja, ja, ich bin da, ich bin da Okay Aber wir sind alle im Raum, ne? Oder Nee, 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 ich und Karri sind draußen Karri nicht Die werden zusammen rumlaufen Außer Krissi wieder, ey Oder Krissi sogar wieder heiß Ja, da kommt irgendwie keiner durch Ja, ist vor Ablenkung Ganz ruhig, ganz ruhig Geduld, Jungs Ja, hier, hier Okay, Tobi, wie sieht's aus? Alles gut, alles gut, ich bin zwar fast tot, aber es geht Okay, okay, okay Hä? Wer ist da unten, pass auf Keine Ahnung, wie ich gestorben bin, aber es ist okay Hä, wo? Ganz ruhig, ruhig Hä? Ruhig, ruhig, ruhig Der ist am Fenster Rechts, Karri, hinter der Tür ist einer, glaube ich Nice Nice, Patrick Nice Aber wenn der mal nichts anhat, der ohne Witz Der ist unten, glaube ich Okay, ganz ruhig Okay, ganz ruhig Das ist unsere Runde, das ist unsere Runde Der ist bei mir, der ist bei mir Schnell, 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 schnell Okay, hab ihn Nice Der doof Oh, guck mal Ja, Leute Der hat die nächste Elfer gewonnen Rainbow Six Siege Auch hier haben wir diesmal gewonnen Wir haben noch weiter, oder? Ne, wir haben noch gewonnen Oh, 3-3 Äh, 3-3 Ja Nur ein Test, ob ihr alle noch aufmerksam seid Ne Oder seid nicht reingeschlafen hier so, mittags Go, go Okay, ich werd jetzt mal nicht Schild nehmen, Patrick Oh, meine ganze Taktik ist da hin Ich werd jetzt mal Ash nehmen Der bringt mir Schild momentan nix My deck Ja gut, es sind noch 3 Leute Also achtet auf den, der ist extrem offensiv, ne? Ja Also wenn, wir wissen es nicht Aber wir hätten den dazu so nicht gezacken genommen Gucken wir Also der hat mir grad Ohne Witz Ich hab den nicht mal gesehen Oder der hat mich nicht mal gesehen Ich hab keinen Sound von mir gegeben, keinen Mux Und der hat mich instant geholt Hast du an? Ja Ja Sind volltrucken Okay, ab geht's Wahrscheinlich ein Fernseher Oder so im Hintergrund Cool, Tobi War gut, oder? Naja Hey Leute, ab geht's, komm Hä, wo ist er denn? Okay, unten ist glaub ich Unten ist glaub ich nix Ne, unten ist echt nix Ich glaub die haben den selben Raum wie wir Wollte ich grad sagen, ja Ja, 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 selber Raum Ja, das ist schon arme 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 Ja, das ist Spendengabbel Ja, klar man Ich hab vorgenommen, wir haben am 11. Januar 2016 Äh, Entschuldigung 11. Januar 2017 Werd ich nen Stream machen Okay, ab geht's Habe ich Geburtstag? So Ja, du hast jetzt schon Geburtstag Und ich feudel Ja Ja, das ist ja auch 2017 Okay, Leute, komm Ich hab 2017 gesagt, Ben Warte mal, noch nicht oben die Fenster einschlagen, Ben Nein, nein, nein Okay, go An dem hier auch, wo ich grade bin Ja Tobi, das ist aber schon ein robustes Saal, was da ist, ne Oder ne, mach das Ich mach hier mit Dennis Ja geil Was hast du grade zu mir gesagt Dennis Wilms Ja geil Was hast du grade zu mir gesagt Dennis Wilms Was hast du grade zu mir gesagt Dennis Wilms Okay wir springen das Ding hier Ist da jemand? Dennis Ich glaube nicht warte, ich fahr Kamera rein Körbe eine Sekunde, geb mir eine Sekunde drunter drunter die wand durch patrick markiert hat er den raum ist keiner es ist keiner wo ich gestorben bin wo ich gestorben bin da ist jemand was für ein bastard ihr seht doch den toten kopf und auf chris krisis wieder abgeht wer kommt die treppe hoch weg da weil du mir gerade in dem moment vor das visier gelaufen bist du bist genau in dem moment vor die waffe gelaufen ja aber kündige es doch an du siehst doch dass ich über dir bin oh mann alter ja das war es dann nein es war es noch nicht ja das war schon krasser krasser typ ja der hat es uns grad voll gegeben ja das war scheiße ja wie gesagt ich bin einfach nur hinter dir gewesen wir müssen zusammen bleiben ich habe ihn doch gehört und in dem moment wo er hoch kam wollte ich schießen und da bist du vor mir gekommen und da konnte ich nicht schießen ja das wieder lesesaal gehen ach gott alter lesesaal haben wir gut gemacht komm jetzt hier go wenn wir das verlieren alter dass das schon so läuft hier ne wer ist denn zack tja zack ganz ruhig stopp wir nichts an die wand hier ran machen wir hier machen jetzt den schockgrad ran ok ich setz mich hier hin kann ich hier noch ne wand haben ja ich bring dir eine ja gut da ist ein shotgun drin äh ne shotgun ist da drin äh dings ist da drin ok dann ne 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 da nicht da nicht da nicht da mach ich noch einen meint du mich hier die wand noch ne 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 ich meinte im panze genau die kannst du die kannst du ruhig ziehen soll ich geh wieder raus da wo ich vorhin auch war äh hier ist eine drohne irgendwo warum die klappe haben wir nicht gesaved haben wir eigentlich alles ne ja die klappe haben wir nicht ja gut auf jeden fall jemanden der saft soll ich die tür hier zu machen ja da musst du aber echt aufpassen Curry weil die können dann hier echt rein schließen komplett ne wart ihr das? ja wenn ich tot bin dann ja ok so co kameras sorry das war ich falsche taste lobby unten ja 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 über die tobi über dir genau ja 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 ich hab die klappe ja 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 crisis die blöde schmuchtel wieder alter ja der mich ankotzt so leute alter ruhig 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 oh man ruhig geht das hin jungs und go hier kommt einer wo hier auf der seite irgendwo ja markieren achso ja hier hier war gerade einer ach ehrlich hast du? nein hab ich nicht fuck boah da kann ich mir viel haben das ist echt so alter die ganze war rot tapeziert nice 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 hallo boah schön Kevin super sauber Leute komm die sind nicht schlecht ne die sind nicht schlecht das ist schon richtig es ist immer noch die gleiche Runde jetzt ja 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 wir haben jetzt wieder gleich gezogen ne wir müssen jetzt wieder boah eine ultimative brutal komm Leute Matchballer wer jetzt die Runde gewinnt der hat gewonnen alter ok jetzt werden die Eier auf den Tisch gelegt nee komm kommt jungs konzentration ab gehts na das hat nur den Tobi aufzermunternt jo einer müsste immer best of Tobi nader eh rage rainbow six siege äh szenen machen geil mit facecam komm Tobi mal ausraste da ja hey go duty ui fuck das ist doch wahr der so ne spasten kennt dem Gegnerteamers der ja das Spielprinzip null verstanden hat weißt du ja hee es gibt ja mittlerweile auch rushen hier nur noch rushen was was hast du gehabt denn es gibt ja mittlerweile auch Leute die rushen hier nur noch durch die ganzen Gänge mit den Schrot finden ja eben so voll behindert so weißt du okay unten ist nix mach halt das Spiel kaputt weißt du ich fahr hoch ich hör was ich hör war ey ich hab's ich hab's ok es ist äh lograum lookraum okay alles lai hohohoho haps 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 ja schön am besten Luco oben ist nicht gesaved Patrick vielleicht können wir da mal durchgehen dann also am besten Luke zwei und dann unten irgendwie wir brauchen auf ihn genau ok pass auf der Crysis oder wieder heißt der hat wieder die Shotgun also da müsste er aufpassen Und die haben wieder den Dingser hier mit der Falle, der Frost. Ja, ja, das ist ja der mit der Shotgun. Ja, Augen offen halten. Wir müssen einfach leise gehen und dann hören die nach oben. Ja, genau. Weil der rennt ja. Komm, Leute. Noch ein bisschen Action da im Fenster oder was? Ja, kann ich machen, ja. Der Fuse eben, war das? Oh, super Kevin. Wie war das? Das war ich. Alter, wollte... Ja, ich kann das auch nicht machen. Warum habt ihr das gemacht? Ich habe das Fenster gesprengt. Alter, ich habe 52 noch. Ja. Pass auf, Patrick, ne? Ah, unten, der kommt raus, der kommt raus, Patrick. Nee, komm, Alter, was ist das denn? Was heißt, warum kommt der raus? Der ist nicht rausgekommen. Der ist da genau, ja. Oh, nein. Hä, was ist denn? Oh, nein. Der immer da rumspinnt, Alter. Ich hätte wieder deinen Samen, Erguss. Das geht mir voll aus dem Sack, Alter. Das gibt's doch nicht, ey. Wir müssen den töten. Wo ist der denn, Mann? Da oben, Tobi. Der ist jetzt wieder woanders, eben. Ja, keine Ahnung, komm. Oben hin, ist der? Ja, ja. Muss ja. Wurde entdeckt. Halt die Schnauze. Da geht's doch schon mal nicht. Hör mal kurz auf, Steps zu machen, Tobi. Hör mal kurz auf, Steps zu machen, Tobi. Auf dieser Ebene ist das Ziel. Ich weiß nicht, ob der hier auf der Ebene ist. Könnt ihr euch da durchbrechen, wo Tobi gerade ist, mit dem Hammer oder so. Oh, hier, Tobi, soll ich die Wand wegballern, hier? Warte, Tobi, ich mach das. Oh. Oh, ne? Dann mach, mach. Dann mach, zünde, zünde. Ektar, Tobi? Ektar? Direkt um die Ecke, Tobi, direkt um die Ecke. Ich schickte Drohne. Ah, ich kann keine Drohne rein, schick mal der Typ hier rumrennt. Weiß, Kürb, du hast ihn holen hier. Fick dich. Jawohl. Okay, okay, warte, Tobi, ich schick eine Drohne rein. Warte, Tobi, ich cover mich. Ganz ruhig, ganz ruhig. Alles gut. Okay, also geradeaus ist ein Schild. Ja. Die sind rechts im Raum, rechts im Raum. Sind die beide drin? Ja, 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 ja. Gehst du da rein? Geh ich da rein. Ja, ja, ja. Bist du da drin, Curry? Ne, ich bin nicht drin. Atom, EMP. Unter dir, Dennis. Der ist unter dir, ist ne Mathe, Vorsicht. Wo? Rechts. Links. Ach da, ach da. Boah, der ist oben bei mir. Einer ist oben bei mir. Ich dachte, die sind beide unten. Ihr geht beide jetzt in den Raum rein. Ihr müsst beide rein. Holt, ruh, 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 ruh. Da, hol ihn dir. Nein, scheiße. Fuck, ich hab dich reden. Geh in den Raum, geh in den Raum. Der kommt, der kommt, Tobi. Lass das stehen. Leise, leise. Nicht runterfallen. Der ist weiter runtergegangen. Noch eins runter. Tappel, glaub ich, runter. Ja, Mann, Alter. Ruh, ruh, ruh. Geh in den Raum rein. Geht beide rein, beide rein, beide rein. Und Posi einnehmen. Genau. Komm, Tobi, Mann, wir rocken die Scheiße. Ja, Mann, ja, Mann. Sehr schön, der Schuss. Präm, Alter, wir haben gewonnen. Nice move, Alter. Krass. Super, ey, das war Glück, ey. Der mich hätte da runterholt. Ja, krass. Ja, Leute, was eine krasse Folge. Und die nächste Folge gibt's dann leider erst in vier Tagen. Nein, Scherz. Gibt's immer morgen und wir sehen uns. Danke fürs Zusehen. Macht Doro aufgrund dieser supergeilen Leistung. Und bye-bye. Guten Job an Crysis, muss man auch sagen. Ja, hat er gut gemacht. Macht 18 Kills. Ja. 18 Kills, Alter. Bis dann, Lurium. Bis dann, ciao. Machen wir keine Revanche, ne, dann geht das ja.